100 Leute, 100 Leute, das ist doch geil. 100 Kings, über 100 Kings, die mich abonniert haben. Danke dafür an euch da draußen. Das hätte ich niemals ohne euch geschafft, Leute. Echt, echt geil. 100 Leute, eigentlich würde ich ja was kochen. Da, da, da. Ist mir aber gerade spontan was eingefallen, mache ich aber später. Es wird geil. Es wird richtig geil, sag ich euch. Es wird eine geile Pizza. Oh, jetzt hab ich schon gesagt, was wird. Es wird eine geile Pizza, aber Leute, um zu wissen, was mein Kanal ist, schaut euch einfach das hier an. Mama! Hi. Und auf einmal ist die Energie voll. Hä? What the fuck? Nein, noch du, der Drogenjunkie. Was ist denn hier los, Leute? Das ist ja hier Gruppenversammlung, oder was? Gibt's hier gleich Ganking? Bum, bum, bum? Die Augen baust du dir? Na, bau dir einfach mal ein paar Augen. Dann kannst du vielleicht auch sehen, was für eine Scheiße du laberst. Jetzt hörst du dich Rettich an. Rettich? Ich hör mich auf einmal Rettich an. Nicht Rettich. Rettich. Oh man, der hört sich aber heute besonders Rettich an. Oh ja, ist das geil. So, das kann ich jetzt probieren. Oh! Oh ja, shit! Oh man, ist das geil. Geil, oh ja. Wie lutscht ich mir den Sack so ab? Was? Okay, gut, Leute. Dann würde ich sagen, gib ein Abo. Warte mal kurz, ganz kurz eine Frage noch. Du hast dir ernsthaft ein Portal von da hin bis hierher gemacht. Ja, weil ich gerade zuvor war. Oh Gott, bist du behindert. Nee, ich komme wieder aus Rosafeld. Oh, bitte, bitte Browser. Lieber Herrgott, Browser. Bitte, bitte verschone mich. Bitte. Oh ja, bitte. Oh ja, bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Genius. Danke, Barossa. Vaterschaftstest. Derke als jeder Stoff. Ne, zwei Sechsen. Ey, dann raste ich völlig aus. Wie hast du Sechsen da? Ja! Yes! Alter, geil! So, und jetzt kommt die Sache. Warum bin ich auf YouTube? Warum mache ich die ganz scheiße hier? Ich mache das eigentlich, angefangen hat das mit, mal gucken, wer guckt das, wie guckt man das, ist das gut, ist das schlecht, wie macht man das? Und am Ende habe ich gedacht, man macht einen Spendenlauf draus. Hat man genug Leute, mache ich einen Spendenaufruf für gute Zwecke, ob es für Tiere ist, für Menschen, für Bauwerke, für Städte. Mir ist es egal, Leute. Ihr da draußen seid da kreativ und sagt einfach, wo das Geld das Spiel dahin geht. Aber wir brauchen noch mehr. Wir brauchen einfach noch mehr Leute, die mich gucken und die dann sagen, okay, geil, ich bin hier und das geht an einen guten Zweck, für Krebskarte, Kinder zum Beispiel. Darauf hoffe ich, das wieder schaffen. Dann würde ich sagen, guckt weiter, abonniert, Daumen hoch für dieses Video, wenn ihr sagt, das ist ein geiler Kanal und natürlich weiterempfehlen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, sagt, euer Menzi. Ciao, ciao.